Bill Kaulitz? Erschütternde Szenen. Er kann es nicht fassen. Jetzt rastet Bill Kaulitz aus. Der Tokio-Hotelsänger berichtet von einem Erlebnis zurück in seiner Wahlheimat Amerika, das ihm nun wirklich den Rest gegeben hat, er wurde verbal attackiert. Bill Kaulitz kann immer noch nicht fassen, was er da wieder erlebt hat. Nach dem Festival-Sommer in Europa, wo Bill mit seiner Band Tokio Hotel unter anderem auf dem Deichbrand-Festival die Bühne rockte, sind er und sein Bruder Tom Kaulitz jetzt wieder zurück in ihrer Wahlheimat Amerika. Ein herzliches Willkommen gab es für den Sänger jedoch nicht. Jetzt berichtet er von einer heftigen verbalen Attacke kurz nach seinem Geburtstag. Bill Kaulitz? Wegen Alkoholkonsum angefeindet In ihrem Podcast Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood erzählten Bill und Tom Kaulitz schon die ein oder andere pikante Anekdote aus ihrem Leben. Gerade erst feierten die Zwillinge ihren 34. Geburtstag zusammen, doch was sich nach der wilden Sause bei Bill Kaulitz ereignete, ließ ihn nun vom Glauben abfallen. Er berichtet, dass er sich am nächsten Morgen ein Kontergetränk genehmigen wollte und dieses direkt nach dem Kauf noch vor dem Laden öffnete und mit Freunden genüsslich trinken wollte. Doch da machte der Verkäufer des Ladens ihnen ordentlich einen Strich durch die Rechnung. Bill erzählt, kommt nach fünf Minuten dieser Typ raus und meint so, aber in so einem Ton, sofort weg. Ich verliere meine Lizenz, geht sofort hier weg, ihr könnt das nicht hier draußen trinken. Bill daraufhin nur fassungslos. Jetzt komm mal runter. Er und seine Freunde hätten sich dann ein paar Meter weiter vor ein Restaurant auf den Bürgersteig gestellt, um dort weiter zu trinken, doch auch das war dem Ladenverkäufer von vorher ein Dorn im Auge. Erneut geht er sie verbal an, wie Bill weiter berichtet, schreit uns an als wären wir Teenage-Kinder, out of my eyesight, hat er gesagt, zu Deutsch geht mir aus den Augen. Zu viel für Bill, der zugibt, dass er sich danach wirklich beherrschen musste und seine Freunde ihn erstmal runterbringen mussten, da will mich das Universum wieder testen, ich musste mich direkt runteratmen. Auch wenn es in den USA verboten ist, auf offener Straße Alkohol zu konsumieren und das auch Bruder Tom Kaulitz als Grund für den Angriff des Mannes sieht, gefällt Bill die Art und Weise nicht, wie er behandelt wurde. Warum suchst du Stress mit mir? Ich hab gerade einen Drink bei dir gekauft, das ist doch nicht dein Problem jetzt. Auweia! 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 ... Untertitelung des ZDF, 2020